Ich weiß halt leider nicht, wie viele... wie viel Kupferblech gut wäre. Das ist halt so das Problem. Ich hab jetzt 100, aber reicht das? Vermutlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt gleich 50. Ja, ich stelle lieber noch mal ein bisschen was her. Wie viel kannst du denn maximal grad herstellen? Wie viel Kupfer? Ah da, 180 noch. Also insgesamt 230 oder so'n Scheiß. Ja, wobei es 2 zu 1 ist, die Umrechnung. Ich hab' aber gekuckt. Ich hab' aber Kupferblech schon nach dem Klammer steht, wie viel ich herstellen kann. Aber fast 400. Also easy. Gut, dann nehm' ich auch nimmer. Gut, einfach mir aus den Maschinen aus den Schmelzen. Ich weiß nicht, wo die sonst rausklauen sollen. Wirst du echt nicht gedrückt halten? Bist du mega abfuck? Ich glaube ja. Die haben auch lange nicht mehr gekauft gehabt. So, Kofferblech. Wo man hier übrigens auch sieht, ist auch mit dem Update reingekommen. Da steht Relevante Gegenstände. Also das, was ich relativ vor kurzem benutzt habe, wird hier oben angezeigt, weil ich das wahrscheinlich irgendwann brauchen könnte. Und dann kann ich ja oben draufklicken und dann wird es verwendet. Das sind immer die letzten Gegenstände in der Hand, die du benutzt hast. Das schaut immer oben aus. Das heißt zum Beispiel, es kann auch sein, dass ich dann irgendwann das Jetpack oder sowas da drin habe. Dann sieht man es einmal hier oben. Ich habe es einfach mega probiert gehabt. Ich verstehe auch mal nicht, oder? Nein, ich wusste schon, ja. Ich habe es im Laufe der Zeitgeistkraft gemerkt gehabt. Ich wusste zwar, dass da irgendwas ist mit den vielen Dingen, aber was da ist, dass das erst dann so Shortcut-Dinger irgendwie schnell ausrüsten kann. Schön, dass du so. Schön, dass du ein zweites Mal gelernt hast, denn in Update 3 hast dich schon mal gewundert, meine ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Oder experimental oder was? Ja. Weiter war das auch schon drin. Keine Ahnung. Und ich glaube, dass es dich nämlich auch schon gewundert hat. Keine Ahnung, aber das schon jetzt. Ah ja. Oh, glaub ich so ist. Ich sag 150 Plä... äh, 250 Plächer. Das reicht jetzt. Okay. Ja. Ich habe 200... Oh, fast 250, glaube ich. Mit 230 gepasst übrigens. Ja, immerhin. Ja, 230. Oh, die schlagen. Okay. Dann lass uns mal zum Ding, zum Sprint und zum Öl. Ja. Brauchen wir noch irgendwas anderes, um die Dinger zu bauen? Ich habe da durchgeschaut. Ähm, nee, aber guck, du riechst immer durch. Wir brauchen jetzt noch eine Pipelab-Pumpung? Und die Rotoren dafür? Ich habe Rotoren dabei, aber... Äh, ja, aber ich habe auch Rotoren. Ja, okay. Ich habe jetzt noch einen Rotoren. Was habt ihr genug dabei? Hm, nee, da habe ich... Das ist weiter... Ach, ich wollte es einfach weglegen im Moment. Und da darf ich nicht drüber laufen. Da ist mir hoch geflogen. Mhm. So. So. Ich spreche an was ich machen möchte. Kann man jetzt eigentlich Sachen... Dein Platz... Ah, ja. Was ist, wenn da ein Kunst-Trakter steht? Was kommt mir jetzt vor? Wir hatten ja hier eine Lücke in den Wänden drin. In der Haupt-Base. Ach schon, das ging ja. Oh, nein. Ja, das geht immer noch nicht. Scheiße. Schau. Wir konnten hier draus patchen. Oder fixen. Wie auch immer. Was braucht man? Eigentlich könnten wir den Beton hier drunter auch immer wegmachen. Das sieht doch eigentlich nicht so geil aus. Ich meine, wir haben ja etwas Glück. Ich muss ja nur... Hä? Ich muss ja nur... Ich weiß nicht, ob die noch stehen da. Nimm mal eine Einfahrt. Ja. Was auch noch dabei ist, ist jetzt mal abbauen, dass man Störungen mehrere Platten markieren kann, dann auf einmal abbauen kann. Genau. Ich kann es dir mal gerade zeigen. Ja, okay. Na ja, bei deinem Platz hier. Wow. Kann es hier... Ne? Kann es auswählen. Kann riesige Flächen relativ schnell abbauen. Ah. Schon ziemlich praktisch. Das stimmt. Auch riskant. Ach ja. Weil man dann womöglich versehentlich was markiert, was man gar nicht markieren möchte. Cool. Kann passieren. Aber ja, an sich ziemlich praktisch. Wie sieht man auch die Pflaster von den... Ah. Von der auf den Schienen. Ja. Das sieht man natürlich auch besser, aber... Cool. Man sieht was mit überhaupt bei normaler Grafik. Ja, tatsächlich. Das sieht man. Was, Alter? Hä, warum? Eigentlich performance-fassend? Verstehe ich auch nicht. Jetzt wird es immer besser sogar die Performance... Aber von Base-Fackel sind wir vielleicht die Grafik hoch. Ja, ja. Was? Ich stelle mir die Grafik grad höher. Hast du eigentlich noch die Verbindungsqualität auf ultra hoch? Oder was hast du ja grad höher? Weil es zockt mit dir auch ultra viel FPS. Ja. Aber ich lecke jetzt schon durch die Gegend. Ich habe kein Interesse davon, dass du es unterstellst. Was ist denn, was auch an mir liegt? Ich glaube... Netzwerk-Falteität Ultra, ja. Ja. Abraum aber auch. Boah, also Mittel sieht mit Abstand... Mit wirklich großem Abstand besser aus als Low-Grafik-Alt. Schaut euch, wie low aussieht durchs Spiel mit Ultra. Das willst du nicht wissen. Das finde ich auch ein bisschen schade daran, dass ich Streamer... Ich würde so gerne auf Ultra spielen. Mach doch. Ja. Damit man dann 0 FPS hat. Ja. Statt 2. Also... Ist nicht so ein großer Unterschied. Ja. So ist das schon echt so. Boah. Tja, die könnte ich hausten oder streamen. Ja. Ja. Oder zumindest auf dem Server. Da könnte es einigermaßen gut funktionieren. Weil... Das ist schon wirklich... Wir haben ja nach wie vor einen Server schon am Start. Aber geht halt auch nicht. Weil... Ja. Ist ja bestimmt. Äh... Ich... Hab keine Infos dazu. Es soll... Gemacht werden. Relativ bald. Weil ich mir nicht mehr mehr sicher bin, was bevorzugt werden soll. Also wir haben eine Umfrage gestartet gehabt vor einigen Monaten. Soll es lieber erst Mod-Support oder erst... Äh... Server geben. Und ich weiß leider nicht mehr wie das ausging. Und ich weiß leider nicht mehr wie das ausging. Die Umfrage. Ja. Deswegen bringen wir Mods nicht wirklich was. Also Mods... Es sei denn es gibt welche Fahrzeuge dazu, was irgendwie recht cool wäre oder sowas. Aber so... Ja... Es war klein. Aber so neue Items und so nicht. Erst wenn halt wirklich... Äh... Manchmal auch nicht schlecht, weil man dann halt... Unendlich Sachen bauen kann. Einfach mal so zum Umtesten und sowas. Ja, aber... Aber... Ja... Manchmal zum Umtesten. Aber wir wollen so ein normales Spiel. Und irgendwie was richtig cooles, krasses bauen. Alter! Und sowas. Ich will, glaube ich, ein JPEG anzuziehe und allein beim Laufe, Alter. Ich hätte jetzt fast zum zweiten Mal runtergefallen wäre. Weil ich mich dauernd TP'er. Und dann auf der Schiene rumlaufen und TP'en ist echt scheiße. Weil er nicht viel Platz ist. Dann warte ich noch auf dich. Weil ich glaube, es liegt daran, dass du ein bisschen weiter weg bist. Ich bin quasi hinter dir. Es geht eigentlich. Ah. Ich bin nur in der Kurve gelaufen und dann hab ich das Lack gehabt. Aber easy. Nur ich TP'er mich schon die ganze Zeit, seitdem wir streamen. Ähm rum. Also erst seitdem. Hm. Ja, das scheint auch ein bisschen an dir. Nicht nur an mir. Hm. Man sieht hier übrigens gerade den neuen. Naja. Es ist schon neu. Es ist krass. Neu ist der Schreck. Verläuft jetzt nicht. Aber ist auf jeden Fall neu gemacht. Ja. Das hat natürlich jetzt keinen Dreck vergleicht. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich kürzer. Und wesentlich hübscher als vorher. Ja. Vorher war es echt eine Katastrophe. Ja gut. Was heißt wesentlich kürzer. Kürzer. Ja. 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 Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hups. Mit Abstand schön auf jeden Fall. Ja. 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 So. Ja. 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 Danne. das hat's hier drin. Das heißt, Flush konfigurieren. Ja, kannst du eh drauf drücken auf die Pub. Durchfluss, maximaler Durchfluss. Nen A. Und recht kannst du auf ein Flush-Mode ändern. Ein Rohrsegment oder das gesamte Rohrnetwerk. Einfach, glaube ich, alles rausmachen quasi aus dem Rohr. Ah, lol. Ist cool. Was, glaube ich, noch nicht geht, ist, dass wir Wände mit... Naja, Dings noch, ne. Wenn es überhaupt mal reinkommt. Also, wenn du mit diesen Rohrdurchgängen da... Hä? Wo baute das denn? Ich hab jetzt geklicken, jetzt? Zweimal. Du musst zweimal klicken. Warum? Warte, warte, das kann ich dir zeigen. Du kannst das in der Höhe auswählen, so und zack. Ah, okay. Das war schon immer so. Gut. Vergiss meine ganz schnell. So, das muss ja dann ganz... Guck, wie wir hier haben, Nico. Oh, die süße Vieh. Warte, warte, warte. Oh, du, 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 warte. Ich bin da dran. Wow! Wow, hast du nicht. Ich hab erst überlegt, so, hm, soll ich, soll ich nicht herkommen. Alter. Ich hab' die Dinger abreißen, und dann von oben müssen wir erstmal die Suchhaltstellen oben dann machen, ne? Demals soll er erst. Äh, ja. Ich überleg' gerade, warte mal. Es gibt, glaub' ich... Ja, doch, genau. Wir müssen die Rohrrohrstraight nach oben verlegen. Es gibt nämlich keine... Nix sonstiges. Wie schon was? Es kommt, wie heißen die Dinger denn jetzt Bahnhof? Warte mal, wo ist das hier? Ich glaub, das... Äh, äh... Es steht leider nicht, bei welches wir brauchen. Ach, da. Doch, die untere. Du siehst ja auch Bild, das ist ein runder Eingang. Ja, aber es steht nicht an sich dabei. Und du kannst ja Modular, Haaren, Computer oder Motoren dabei, hm. Auch du hast das dabei. Ich schon. Aber das dürft' du auch kriegen, wenn wir die abbauen. Ich mach' das mal. Ja. Können wir. Oh, äh, das ist... Oh, okay. Ach so, ey, wie sollen wir denn fünfte stehen, was nicht benutzt wird? Wahrscheinlich, weil wir nur vier haben. Nice. Vier Eingänge. Der erste soll nicht spielen, ne? Klar. Ja, ja. Ja, okay. Ja, gut. Oh. Äh, ja, hier rum. Liegen schon Ressourcen rum. Ich nehm' mir die. Ist so... Dann der Placement. Äh, jup. Äh, die hier müssten es sein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Input, Output oder? Ja. Ja. Und da. Okay. Hier und... Da kann es nicht platzieren wegen der Schiene. Äh... Nehmen wir für den Kabel. Nehmen wir für den Kabel. Ja, der besossen. Ja, hab ich auch jetzt damit. Ich wollte es nicht tragen. Danke. Das reicht. Es gibt noch mehr. Ne, ne, das wird es reichen. Ja. Gut, dann müssen wir schnell die Schiene platzieren. Warte. Zu schaffen, wo wir ernst haben. Warte. Zu schaffen, wo wir ernst haben. Äh, das ist jetzt... Das ist jetzt... Problematisch. Keine Ahnung. Hm? Und da los. Dann, äh... Mach mal einmal einfach direkt. Äh... Wenn es geht... Das kann ich eigentlich mal probieren, ja. Pff. Javokura. What? Das ist jetzt ganz schön blöd. Pff. Ja. Kino immer. Ja. Du hast eine zu viel gebraucht. Ne, es war zu viele. Ne. Ein Stück. Entschuldigung. Warte mal. Ich bin auch hier irgendwie... Hast du auf Autosave? Wie auf ein Rohr? Wer hat das denn gemacht, Siko? Wir haben... Haben wir nur ein... Ein Rohr, die an alle... Was an alles rangeht, oder was? Und wie ist das gemacht? Oder mehrere für alle? Ähm... Was? Machen wir bitte. Ja. Ein Rohr, was an alle... Ähm... Ähm... Zuckerschönen drangeht, oder... Also an alle Güter war ganz... Oder haben wir... Also mehrere Rohre gehabt, wo das Öl lang fließt? Wir hatten... Pro Ölpumpe... Voll was ich bin, dann klar. Pro Ölpumpe hatten wir eine... Einz... Also eine... Flight Station, die wir nutzen. Dann musst du das hier enger bauen. Ich kann ja mal probieren, von hier oben... runterzubauen. So. Das geht wahrscheinlich genau. Äh... Deswegen... Äh... So... So muss man... Okay. Ist das hier der Eingang? Wo sehe ich denn... Was ist der Eingang? Was der Ausgang ist? Ach, hier kommen die anderen beiden, oder was? Okay, hier haben wir zwei... Da kommen... Okay, dann bist du da schon mal hoch. Wo sehe ich denn... Wo der Eingang... Ach, da. Okay. Äh, links... Geld fürs Eingang... Größere Ausgang. Habe ich zwar drastend am Plutus schauen. Er sieht man aber nicht. Habe ich vorhin... Am Plutus siehst es aber. Mir habe vorhin angeschaut, dass du blistert hast. Extra. Aber man kann es auch daran erkennen, dass es sogar ein Symbol dran ist. Damit man es... Einigermaßen... Scheiße! Okay! Ich kann einfach... Ich glaube, man sieht sogar, welche Abstände man in die Ölrohre platziert. Ich weiß nicht bei das. Ich darf das nochmal ändern. Das sieht schön aus. Äh, was ist das für ein Rohr? Vielleicht das Rohr ist aber schon los. Ja, äh... Ja, das sieht sehr gut aus. Oh shit, das wird schwierig. Was genau? Ich muss hier irgendwie... Jetzt... Ist ja gar nicht gerade platziert. Ah... Ja, ist doch easy. Oh, das ist schwierig geworden. Scheiße. Das ist doch schon einfacher als erwartet von hier unten. Vielleicht hab's gut oben probiert und ähm... Äh... 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 Was wir bedenken müssen, wir müssen da auch ähm... 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 Äh, Pumpen bauen bauen. weil die sonst noch kommt wenn man steht um alle verunter oder das steht auch durch das rad wahrscheinlich ist das richtig also die geht runter und irgendwann kommt zeit nicht weiter weil zeit schafft die höhen manchmal nicht als diese lex gerade das ist problematisch dann Aua! Oh Gott, jetzt war ganz schnell weh weg. Woah, shit. Ist das ein Scheppern, was du da geholt hast? Ja, du bist raus, wo du gemacht hast, ist das ein Schepperniko, das ist nicht gerade. Okay. Dann möchte ich das gleich mal neu machen. Weg, mach. Okay. Boah, alter ey. Oh. Verdammt. An eine Sache hab ich noch nicht gedacht. Was? Damit... Oh, scheiße. Wir müssen den Strom zum Laufen bekommen ohne Rohöl. Ja, das war ich doch voran. Achso, okay. Wir fahren keine Züge, wir können das gar nicht runterportieren. Ja, und es wird auch nur Null produziert. Shit. Sehr gut. Das war absolut richtig. Das ist ziemlich bitter acid. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Wo kommt denn das andere Rohr? Ja, da hinten, ne? Okay. Kann ich denn die Kurve... Ich verarschen? Kann ich nur diese Halter bauen mit vier? Vier kann ich nur die Halter bauen. Okay. Boah, ist das acid, alter. Uff. Oh, gerade bauen ist ja echt schwer. Ja. 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 Stimmt leider. Nein! Kannst... Ja, klar. Das ist nicht wirklich eh falsch geworden. Das ist ein bisschen mega schnell verstanden. Guck dir das mal an, alter. Oh, ja. Nice. Ja, aber warum macht das denn keine Kurve hier drüben? Ich hab's nicht. Mach ihn auch so. Du musst halt näher dran bauen. Ah. Oh, du bist so. Ja, du machst das auch nicht. Ich weiß nicht, warum. Doch, so. Loll! Ich kann den Maus noch noch drehen. Wer in den Bauern... Oh, was? Egal. Ah. Und wie gehst du denn auch mit alt? Nicht Steuerung. Steuerung, was? Oh mein Gott, Steuerung. Beste Tasse der Welt, Nico. Ja, ich hab's ja auch schon. Du stehst, kann das wieder ausgefunden. Ähm. Will das da echt so bauen? Ne, ist mir da auch nicht so bauen, oder? Will das da so bauen? So Schätze? Wow. Wow. Es war gerade gewesen. Wo ich spiele das hier auf einmal. Mal spiele das so. Was war da? Noch einmal. Das ist doch gerade. Wie? So. Ich glaub, wenn du den Kopf hoch oder runter machst, dann baut er das nach oben oder unten. Äh, ist das so jetzt gerade, Nico? Ähm. Ne. Machst du mal das bisschen... Wie? ...nach hinten gehen. Also, weiter... Dass die... Der Klick weiter bei mir ist. Ja. Ja. Das ist gut. Jetzt baut das. Ja. Ja. Gut. Ähm. Wie war das denn? Pipeline. Es sind die beiden noch. Ja, hab ich auch schon probiert. Ich weiß nicht genau, wie man die da anschließt. Oder das geht's die Richtung. So. Ach, siehst du nur in eine Richtung, oder wie? Ja. Äh. Äh. Ach, da steht dran, wo es hingeht. Naja. Achso. Ja, wahrscheinlich... Auf welche Richtung? Da steht das immer nach oben. Andersrum geht's ja wahrscheinlich gar nicht. Stut, ja. Wär dumm. So, also. So, leider nicht einstellen, welche bestimmte Dinger, die wegstehen gucken. Vielleicht je nachdem, wie du schaust. Dann... Okay, dann probier ich mal. Naja. Nope. 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 Mach gleich. Ja, was ich mache. Das ist komisch. Ich weiß nicht, wie... Die hat eben über das Rohr gebaut. Maybe. Es ist halt so. Ja. Ja. Ah, die brauchen wir auch Strom, ne? Oh mein Gott. Ja. Katastrophe. Wo kommt denn die Fließbänder her? Da. Wo kommt die Fließbänder her? Keine Fließbänder? Ja, die Fließbänder, die du abgebaut hast. Mal schauen, wo die herkommen. Okay. Muss das hübsch sein, so wahrscheinlich... Hübsch sein, ne? Scheiße. Ja. Die fliegt... Die fliegt übrigens irgendwo noch eine Fließbänder. Die Biene rum. Ach, hier hast du. Ja, komm her. So. Ey, bekommt das vierte Band her? Von da hinten? Boah. Da ist gar nicht so nah an die Wand ran. Scheiße. Ja. Wird schon passen. Man steht hier kein Crypt, hallo? Komm schon. Komm schon. Ich kriegt mehr. Ey. Der behinderte Baum. Ich seh nix. Komm schon mal ja. Und ich bin nicht so nemmun. W акers. Eins grupppert bzw. Mann. Ja komm her! Jetzt hab ich noch ein Leben. Oh Gott! Hilfe! Ich sterben. Oh Gott! Was ist das? Was ist das für dich? Alter! Wow shit! Also ich mein, das viel kennen wir schon, aber... Oh Gott! Ist das ein großer da, oder was? Nee, Alter! Das sinkende... Nee, hä? Wo ist das hin? Auf jeden Fall beschießt es einen. Alter ist es. Ach, das... äh, das Anklafen. Ja, ich hab ein Herz, äh, mach dir mal. Ich hab drei Herzen. Vom Beispiel brauchen wir so wenig leben. Sollte ich mal Vollheil, Nico? Nichts wieder sitzen mal mit drei Herzen rumlaufen. Ach Quatsch. So, gleich hab ich drei... Das war mir, ich hatte ein Herz wegen den Bienen. Ey, du stirbst uns selbst verschulden, ne? Und, go! Komm, klappen wir. Das ist halt fast wunderbar, in 3 und 3. Das schießt halt so Dinger. Ja. Ich hab... Aua! Mach du kurz eineinhalb Schaden, wenn es nicht trifft. Oh, scheiße. Aua! Ich bin beider tot. Jetzt hat schon wie gesagt. Alter, hab ich wenig leben. Ja, wir haben die Dinger, wir haben die Dinger nie mit drei Herzen betrifft. Wir waren immer bei der Full Life. Ich hab halt noch nicht mal was zu essen da. Ja, ich hätte dir was geben können. Ja, Quatsch. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp. Es hat übrigens nichts getroppt. Doch, etwas getroppt vielleicht. Aber versteh ich eh nicht, warum du nur mit drei Herzen rumlust. Weil es halt unnötig finde, eigentlich mich hochzuhallen. Und dann... Begüte ich mir so ach. Boah. Weiß ich nicht. Nein, nicht. Na dann. ist es auch. Oh, mach mich. Oh Mann, ey. Gut, da wird Klima höher einstellen und ich hoffe, du hörst dich gleich nicht. Mal kurz. Wo ist denn hier... Jetzt geht's nicht mehr da. So, hörst du es oder jetzt? Nee, hör ich nicht. Perfekt. Hm. So, Schluss dein Rohr. Ich guck mal. Hast du es schon hergezogen, oder? Alter, kommt es gerade, ey. Ist das so gerade oder schepp? Äh, ist es von der Höhe. Warum nicht so hoch, alter WTF? Nee, weil damit man mit Fahrzeugen drunter durchfahren könnte. Äh, muss viel höher. Ja. Ja, geht nicht. Dann passen wir mit Fahrzeugen drunter durch. Glaub ich nicht. Okay. Oh. Ja. Ja, dann halt... Weil andererseits, wir haben ja den Eingang, deswegen eigentlich... Musst du ja. Wär schon gut. Ja gut, dann hab ich das Stapelding an da. Ja, Enger. Hab dann sofort. Du willst ja, Enger. Ja. Das ist Schöpf wie die Sau. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Hä? Was? Ja. Ben, so. Ja, weil jetzt... Hm. Nee. Es ist schwierig von da da rein zu gehen. Ja, ich würd dann generell, dass ich ihn über Wasser hineinlaufen lassen, oder? Also ich nicht so komisch. Ich hab da rein wieder hoch, das sieht doch scheiße aus. Ja, ich hab halt nicht die Höhe gesehen. Ja, stimmt. Das ist so niedrig. Ich mach jetzt hier so ein Ding hin und dann mal gucken, wie wir von dort zu hinkommen. Eventuell gesagt, Sicherheitshalber noch eins höher. Weiß ich aber nicht. Nee, das... Das reicht. Hm. Echt? Also ich hab diese Sau. Scheiße. Naja, ist jetzt so. Ja. Ja. Ja, so wollte ich gar nicht bauen, verdammt. War's okay? Nee. Ich mach's in die Trigger. Jetzt hab ich die Strohnachter abgerissen. Wow. Weiß. Ich hab das auch abgebaut. Also es ist verschwunden. Ich hab instant danach das Hinterradrick abgebaut, weil es gezählt hat. Und warum? Ja. Ja. Ja, hab ich die Strohnachter jetzt nicht gezählt? Ich hab jetzt nicht gezählt. Hallo. Und da? Oh. Kann ja nichts bauen, wenn mal Wasser ist. Da war ja was. Gibt's. Ja. Ich hab die Strohnachter jetzt nicht gezählt. Ach da. Jetzt. Hm. Und dann würde ich sagen, wollen wir aber straight dann hin. Kommt das weg. Tschüss. Boah. Ja, Mist, ich bin auch. Ah, jetzt. So. Mach mal da drüben. Also so quasi. Ist zu weit. Hm. Nee, nee. Ich würds äh weiter nach da bauen, genau. Ist das scheitere Weg. Ja. Ja, was wir mal. Und dann sieht's ja weiter bauen kann. Na, mit dem Blueprint. Äh, ja. Äh. 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 Jetzt geht nur bis hier. Warte mal. Bis. Hier gehts. Ja. Ja. Ja.